Priyanka Chopra ist seit Jahren im Filmgeschäft. Zu Beginn ihrer Karriere gibt es allerdings einen unschönen Vorfall während einer Unterwäsche-Szene. Ich wollte eine Schicht überziehen, der Filmemacher meinte, nein, ich muss ihre Unterwäsche sehen, warum sollte sich sonst jemand diesen Film ansehen? Er hat es nicht zu mir gesagt, er sagte es zu dem Stylisten, der vor mir stand. Es war so ein entmenschlichender Moment, ich hatte das Gefühl, dass ich nichts anderes bin als das, wofür ich benutzt werden kann. Daraufhin verlässt sie das Set des Spionagefilms und zahlt der Produktion das Geld zurück, das sie für zwei Drehtage für sie ausgegeben haben. Ich konnte ihn einfach nicht jeden Tag sehen. Damit begründet Priyanka diese Entscheidung. Ihrem Erfolg tut diese Entscheidung allerdings keinen Abbruch.